Der Klett-Kotter-Blog steht auf der Frankfurter Buchmesse. Neben mir sitzt Judith Holofernes. Du bellst vor dem falschen Baum. Wo kommt denn der Titel her? Der Titel ist eigentlich eine amerikanische Redewendung, die ich liebe. You're barking up the wrong tree. Und mir hat die im deutschen Sprachgebrauch gefehlt, weil wir haben vergebene Liebesmühe und wir haben, du bist auf dem falschen Dampfer, aber diese wunderschöne Kombi haben wir nicht. Ich habe das zu Hause gerade gesagt, du bellst vor dem falschen Baum. Ja, wenn jemand irgendwie ein unsinniges Ansinnen an einen hat oder ein Ansinnen, was woanders gut aufgehoben wäre, aber halt nicht bei mir. Und dann guckte man mich an und sagte, was ist denn das für ein Ausdruck? Und dann habe ich angefangen, Gedichte vorzulesen. Das war ein toller Abend. Sie sind Musikerin, Songschreiberin und Autorin. Als Sängerin und Gitarristin der Band Wir sind Helden haben sie Musikgeschichte geschrieben. Ein Soloalbum, Ein leichtes Schwert ist Anfang 2014 erschienen. Dann haben sie sich den Tieren zugewandt und angefangen, Tiergedichte zu verfassen. Wieso Tiere und Gedichte oder Gedichte und Tiere? Erstens hat es für mich eine größere Logik, als die meisten Leute auf den ersten Blick denken würden, weil ich großer Fan bin von komischer Lyrik. Und zwar schon sehr lange. Und eigentlich haben alle komischen Lyriker, also Gernhardt und Morgenstern, alle, die ich liebe, haben immer auch Tiergedichte geschrieben. Zwar nie ein ganzes Buch, aber immer auch. Das ist sozusagen ein Subgenre. Das heißt, an sich ist es ein Genre Zitat. Auf der anderen Seite habe ich einfach eine sehr ausgeprägte Tierliebe. Und auch mein Humor ist sehr geprägt über das Lachen über Tiere. Also ich liebe Tiere, aber ich kann auch gut über sie lachen. Sie wuchsen mit Tieren auf. Zu Hause hatten Sie einen ganzen Stall von Tieren? Ja, wir hatten, ich würde sagen, vier oder fünf offizielle Tiere eigentlich immer. Und dann haben wir aber auch noch Tiere dazu gerettet. Also meine Mutter hat immer irgendwo Krähen mit gebrochenem Flügel oder einem verflogenen Wellensittich. Oder ich meine, ich habe Regenwürmer aus Straßenbahnschienen gerettet. Einen Igel hatten wir einen Winter lang. Und haben die Tiere Sie untereinander vertragen? Ganz gut. Also wir hatten drei sprechende Vögel. Die haben so eine Art Comedy-Trio gemacht, weil die sich nicht so gut verstanden haben. Und die Beos, also wir hatten zwei sprechende Beos und einen ganz reizenden Papageien. Und die Beos waren um einiges eloquenter und haben den Papagei immer so ein bisschen in die Tasche gesteckt. Jetzt kommt bei Tropen ihr Band raus, habe ich schon gesagt, du bellst vor dem falschen Baum mit Zeichnung von Vanessa Carré. Ja. Jetzt seien Sie mal ganz ehrlich, waren zuerst die Illustrationen da und dann die Gedichte oder war das umgekehrt? Also es waren schon zuerst Gedichte da am Anfang. Ich habe die am Anfang auf meinem Blog veröffentlicht, weil es so eine Spielerei war und irgendwie auch ein Gesellschaftsspiel. Die Leute haben angefangen, sich Tiere zu wünschen. Und es hat sich dann so verselbstständigt. Und als uns aber klar geworden war, dass sie das Buch illustrieren muss, war das ein gegenseitiges Ding. Sie hat sich dann auch einfach Tiere gewünscht, die sie malen wollte. Beziehungsweise ich habe Tiere beschrieben, bedichtet, von denen ich Vanessas Bild sehen wollte. Was fasziniert Sie an Tieren? Na, ich glaube, das Schöne an Tieren oder, also das Faszinierende ist ja eigentlich unser Verhältnis zu Tieren. Also Tiere an sich sind faszinierend genug. Aber ich glaube, für den Dichter ist das Ergiebigste eigentlich unser Verhältnis zu den Tieren und was man ihnen alles zuschreibt. Also auf der einen Seite hat man immer dieses Bild vom reinen Wesen des Tieres, das nicht zweifelt, das Tier, das nur ist. Davon habe ich relativ viele. Und auf der anderen Seite haben wir dieses wahnsinnig menschbezogene Bild, dass die Tiere eigentlich dafür da sind, uns zu gefallen. Und wenn es ein Tier gibt, wie zum Beispiel den besungenen Marabu, den man sich, sagen wir mal, aus Menschensicht eigentlich nicht erklären kann, warum der so hässlich sein muss, dann finde ich, ist der Witz natürlich auch eigentlich ein Witz über uns und nicht über den Marabu. Haben Tiere eine Persönlichkeit? Auf jeden Fall, klar. Also unterschiedlich, ich weiß nicht, wie Nacktschnecken da so aufgestellt sind, persönlichkeitsmäßig. Aber Hunde, klar, ja. Sind das Gedichte für Kinder? Nein, nein, das sind eindeutig Erwachsene-Gedichte. Ich denke, das wird so ein Buch sein, hoffe, es wird so ein Buch sein, wie meine Mutter viele hatte. Die hatte viele sehr schöne und auch schön gestaltete Bücher, die eindeutig Erwachsenenbücher waren, die ich als Kind dann aber so neugierig und so halbheimlich mir auch rübergezogen habe. Und ich glaube, so ist das auch. Also meine Kinder lieben das schon, weil es sich reimt und weil da Tiere drin vorkommen, verstehen aber hundertprozentig nur einen Teil von dem, was da passiert. Lernt man was über Menschen, wenn man Tiere beobachtet? Naja, man lernt was über sich selbst in der Beobachtung des Tieres, was man da reindenkt und man lernt schon, es gibt ja Nachahmenswertes am Tier. Tiere haben eben diese Gabe, einfach nur zu sein. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch ihrem Leiden sehr unterworfen. Also ich finde, Tiere haben was sehr Vorbildhaftes in den Momenten, wo alles gut ist. Also wenn wir auch nur in den Momenten, wo alles gut ist, es wirklich gut sein lassen könnten, so wie Tiere das können, dann werden wir ein gutes Stück weiter. Werden Tiere von den Menschen genügend respektiert? Nein, natürlich nicht. Also ich finde, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich finde es schön, ich mache mich auch teilweise sehr despektierlich lustig über die Tiere, die ich da beschreibe. Und der Marabu kommt nicht besonders gut weg. Und wenn man es zu ernst nehmen würde, dann hätte man wahrscheinlich ein Problem. Aber das alles kommt aus einer tiefen Tierliebe heraus. Und natürlich im Alltag und nicht nur nicht in der Dichtung behandeln wir Tiere natürlich nicht mit genügend Respekt. Ja, nochmal zu den Zeichnungen. Wie haben Sie mit Vanessa Carré gearbeitet? Haben Sie die Gedichte gegeben und gesagt, mal mal? Oder hat sie gesagt, das Gedichte, ich möchte Bilder malen? Wie war das? Interessiert mich einfach. Das war, also es gab so verschiedene Stufen. Am Anfang hatte ich einfach schon einen Haufen Gedichte, da hat sie sich erstmal zurückgezogen und die bemalt sozusagen. Und das Schöne ist, dass sie da eigentlich dann genauso assoziativ und irgendwie traumhaft vorgeht, wie ich beim Schreiben. Das heißt, der Prozess ist ganz ähnlich. Sie kann dann auch kaum erklären, warum sie das jetzt so gemacht hat oder so, sondern es kommt, wie bei mir, irgendwie sehr aus dem Rückenmark. Und das heißt, die Bilder, die dabei rausgekommen sind, sind dann Überraschungen für uns beide. Und dann ging das eben los, dass wir auch so in so ein Hin und Her gegangen sind, dass sie gesagt hat, ich würde gerne einen Oktopus malen. Schreib mir doch bitte einen Oktopus. Doch, dann geht es Ihnen sehr gut. Ja, und deswegen haben wir jetzt, gibt es in diesem Buch jetzt die Frage, ob Oktopoden Hoden haben, weil Vanessa Carré sich einen Oktopus gewünscht hat. Hat die Reihenfolge irgendeine Bedeutung der Tiere? Elefant kommt am Schluss, Marabou ist irgendwo in der Mitte, glaube ich. Also ich meine, ich bin das natürlich gewohnt, sozusagen so Reihenfolgen zu mixen, dadurch, dass ich bei einem Album auch versuche, einen schlüssigen Bogen zwischen den Songs herzustellen. Wir haben es uns da nicht leicht gemacht. Es gibt Bilder von Vanessa und mir, wie wir am Boden kauernd Bilder hin und her schieben. Das war total komplex, weil die Bilder müssen auf bestimmten Seitenzahlen landen, damit diese Aufklapper funktionieren. Das ist richtig ernst, so eine Buchherstellung, nicht? Ja, und gleichzeitig hatte ich natürlich Vorstellungen, von welchen Tiere zusammenleben sollen, einigermaßen. Also es gibt eine innere Logik. Gleichzeitig wollte ich nicht zu ähnliche Texte nebeneinander haben, sondern dass es sich viel abwechselt und es war echt komplex. Ihr Lieblingstier? Äh, mein Lieblingstier ist, also da streiten sich, ich hätte gerne einen Hund. Also eigentlich, mein ernst gemeintes Lieblingstier sind einfach Hunde als Langzeitliebe. Im Zoo, Erdmännchen und Erdferkel. Sie gehen öfters in den Zoo? Ja, ich gehe sehr oft. Sie haben Kinder? Ich habe zwei Kinder und ich war mit diesen Kindern fünf Jahre lang auf Tournee. Das heißt, ich... Im Zoo oder auf Tournee? Ja, durch die Tourneen in den Zoos dieser Welt. Also dadurch, dass man, wenn man irgendwie im Industriegebiet aufwacht, in so einem Nightliner-Bus, das ist keine besonders kinderfreundliche Umgebung. Das heißt, wir haben ganz oft einfach den ersten Zoo angesteuert. Super, super. Und welche Tiere wollen Ihre Kinder vor allem sehen? Ähm, Affen. Und das kommt mir sehr entgegen. Echt? Ja, Affenstreichel-Zoo und Raubtiere. Warum die Raubtiere? Warum Kinder Raubtiere lieben, weil sie sich gern gruseln. Und der Löwe im Berliner Zoo, der brüllt dann immer so laut. Das hat mich früher auch gegruselt. Ja, ja. Obwohl ich Löwe bin. Ja, das möchte man so machen. Jetzt frage ich Sie was Politisches. Weil alle anderen immer nur nach Tieren gefragt haben. Sie kommen gerade... Sie haben gerade ein Konzert in München gemacht. Wir stimmen für geflüchtete Menschen. Wie muss Deutschland die Flüchtlinge aus Kriegsgebieten empfangen? Haha. Mit offenen Armen. Und ich meine, weit vorher fängt das ja an, dass man vielleicht endlich mal für sichere Fluchtwege sorgen könnte. Damit vielleicht noch ein paar mehr das überhaupt hierher schaffen. Also mir geht es so, dass ich eigentlich dankbar bin, dass wir aus der Sicherheit unserer Häuser heraus und aus der Wärme unserer Wohnungen heraus helfen können. Und dass diese Menschen wirklich eigentlich Menschenunmögliches schon hinter sich gebracht haben, um hierher zu kommen. Die Hauptarbeit haben die gemacht. Und wir können im Vergleich so leicht so viel tun. Da bin ich einfach dankbar. Als Sie hörten, dass das Konzert in München ansteht, wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Mit was? Würde mich interessieren. Ja, das war sehr aufregend. Jetzt habe ich gestanden, dass ich nicht dabei war. Ja, das war sehr aufregend für mich, weil meine Band ausgefallen ist, meine neue Band, durch eine Verletzung. Und ich wusste, ich fahre alleine hin. Und daraus hat sich aber eine wunderschöne Gelegenheit ergeben, weil ich tatsächlich das Glück hatte, mit einem syrischen Pianisten zusammen aufzutreten, spontan. Der auch mit traurig, ja, vor dem natürlich insgesamt sehr schwierigen und traurigen Hintergrund schon durch die Presse gegangen war, als der Pianist von Jarmuk, der heißt Ehem Ahmad. Und von dem gibt es herzzerreißende Bilder, wie er mit seinem Klavier in den zerbombten Straßen von Jarmuk spielt. Und er hat das drei Jahre lang durchgezogen unter Belagerungen und ist erst dann geflohen, als die IS eingerückt ist und sein Klavier verbrannt hat. Was hat ich gelesen? Und den habe ich, der ist seit zwei Wochen erst hier. Und den habe ich dort am selben Morgen kennengelernt. Also wir haben uns morgens um 8.30 Uhr kennengelernt, geprobt, Soundcheck gemacht, nochmal geprobt bis kurz vorm Auftritt und dann zwei Songs gespielt. Einmal Land in Sicht von Tonsteine Scherben und einmal einen völlig neuen Song, den ich noch nicht mal, also den hatte ich drei Tage vorher fertig geschrieben. Also einen unveröffentlichten Song, der einfach für mich genau das ausgesagt hat, was ich das Gefühl hatte, das Einzige, was ich das Gefühl hatte, sagen zu können. Und das war wahnsinnig schön und sehr intensiv. Also ein paar Stichpunkte, was drin stand. Also es ist als Gedicht jetzt gerade auf Twitter. Da habe ich es als letztes, habe ich das in Einzelteilen auf Twitter geboten. Ich baue es auch den Artikel einfach mit ein. Ja. Ja, das mache ich. Ja, schön. Ja. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für das Buch. Jetzt habe ich noch vergessen, Sie müssen eigentlich noch ein Gedicht lesen. Das haben alle anderen auch gemacht, oder? Ja, wegs. Eins, machen wir noch? Ja. Welche sollen wir nehmen? Den Gekko lese ich immer vor, nicht weil er so kurz ist, sondern weil er so schön ist. Aber das ist wirklich zu kurz. Der ist sehr kurz, ja. Ich bin Elefanten-Fan. Wobei das ist ehrlich gesagt eins der wenigen aus Wir sind Helden-Songs oder überhaupt auch aus meinen neuen Songs quasi. Das ist ein Beispiel dafür, dass die Tiergedichte mich schon so lange verfolgen. Also ich kann das lesen, aber es ist nicht in den Song. Ich trage dich meilen weiter. Ja. Ich sage immer meilen weiter, habe ich da drin gelernt. Nö, 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 mal ein anderes. Das habe ich versucht zu lesen, aber da komme ich immer... Da bricht man sich dazu. Da habe ich, da haben mir meine Kollegen gesagt, ich soll das Lesen mal üben. Und seitdem habe ich den Gekko erstmal gelesen, die Qualle. Da gab es doch noch den... Entschuldigung, wenn ich suche, es gibt ja keine Seitenzahlen wegen den... Ja, genau. Was denn? Welchen denn? Den Wolf. In dem den Wolf. Der Wolf, ja? Der Wolf. Der Wolf. Du bist ein Wolf, die Pfote zuckt. Genau. Wie geht es weiter? Das ist lustigerweise das Gedicht, dass sich immer die Männer aussuchen. Und ich weiß nicht, warum. Das ist das Lieblingsgedicht der Männer. Der Wolf. Du bist ein Wolf, die Pfote zuckt in deiner Träume wildem Lauf. Du bist ein Wolf, dein Blick ist grrrr, wenn du mir in die Augen schaust. Du bist ein Wolf, die Nase kraus, wenn du in meinen Nacken beißt. Du bist ein Wolf, dein Herz ist Hund, wenn ich dir deine Schulter kraul. Und weiter? Fertig. Oh, das ist super. Fertig. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.